So, wir spielen mal die Chimera. Ich hab die mal in grün als Basis-Auswahl hier. Und wir gucken jetzt einfach mal, was wir reißen können auf der Stelle. Böser Boy! Richtig böse. Wow! Kartoffelsack 25 Jahren scheint der beste Spieler EU West zu sein. Die rennen weg von mir. Und wir gehen mal in die Stellung. Oh, ich bin ein bisschen gelendet. Und sie spielen natürlich mit Konter-Tonner. Das geht aber gut ab hier, ey. Oh, oh, Kämpf. Wo sind sie? Alter, man wird nur geblendet. Das ist ja mal richtig krank. Wo sind sie? Wow! Das ist krass. Na gut, wir müssen sie sehen. Nein! Come on! Und... Naja, es ist halt die... Ich soll mal sagen, es ist halt die hässlichste Karte auch dafür, ne? Es ist und bleibt die hässlichste Karte. Wir hassen sie. Wir hassen sie. Wir hassen sie. Wo ist der? Wir sichern ihn mal nach hinten ab. Hä? Hat keiner geblendet? Blinded by the light. Ja, ich hab das Gefühl, ehrlich, es ruckelt. Die Runden ruckeln. Wirklich. Alter, und die Gegner sind echt nicht schlecht. Ich komm nicht mal so ran. Ah, bitte nicht. Bitte nicht. Habt ihr das gesehen, wie viel Zeit er hatte, den Raketenwerfer rauszuholen? Das kann nicht sein. Ja, das ist... Ach, du kleiner Wichser, Alter. Kleiner, kleiner Wichser. Hässlicher, kleiner Penner. Boah. Das, äh, ja. Das geht wirklich ziemlich auf den Piss, muss ich ehrlich sagen. Diese Art von Spieler, die so spielen, das nervt. Oh. Oh. So. Komm, Fäschchen. Hast du ihn jetzt? Das gibt's doch gar nicht, Alter. Jetzt hat er ihn. Meile Fresse, was da abgeht, ey. Alter, Vater. Ja, ja. Also, wenn du hier einen Chopper-Gunner schaffst, hast du's eigentlich geschafft. Was? Nun ein Assist. Lass uns mal da durch. Wie kann es sein, dass er da entkommt? Wir hinterfragen's einfach mal nicht. Ah. Es ist wirklich, es ist wirklich schwer gegen die Gegner, muss ich sagen. Es ist, es ist nicht leicht. Das Skill-Best Matchmaking kickt hier richtig an. Wirklich. Soll ich haben, wie die spielen? Die sind nicht schlecht. Wirklich. Obwohl ich jetzt keine guten Runden hatte. Merke ich, dass die trotzdem gut sind. Oh Mann. Das ist schon heftig. Muss ich ehrlich geschehen. Er hat mal jetzt meine Drohne. Nein. So. Hat er den nicht gesehen? Ufa. Das ist schon heftig. Muss ich ehrlich sagen. Wie viel halten die aus? Wie viel? Ufa. Ah. Ich zahle die Claimer raus, Alter. Ich glaub's nicht. Aber wir haben wenigstens den Ding geschafft. Ja. Komm, hau mal raus. Komm mal raus. Krieg ich wahrscheinlich das Ding selber. Nee. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Den haben wir schon mal. Die sind alle da hinten. Oh ja, die sind alle da hinten. Ah, man muss hier wirklich faktisch spielen. Ich merk's schon. Das ist wirklich, wirklich krass, wie die jetzt auf mich zu retten. Mal schauen. Kann man das mal schauen. Da ist noch drin. Kommt der raus? Nee, kommt der nicht. Die sind schon wieder woanders. Hm? Okay. Dann sollen wir mal folgen. Folgen. Folge mir bitte. Ah, da hinten sind schon die Sniper wieder. Boah. Habt ihr das gesehen? Boah, ich bin sofort angeschossen worden. Mal kurz rumlaufen. Der hat mich zum Glück nicht gesehen. Da ist doch noch irgendwo einer. Ja. Lass uns mal außen rumlaufen. Hinter uns ist jemand gespawnt. Ja. So. Die sind aber auch irgendwie alle. Habt ihr gesehen? Boah, wie er sofort aimen hat der auf mich. Das ist ja wieder gehindert, ey. Bist du mal ein bisschen auf Speed und dann ist ja gleich sowas wieder, ne? Ja, natürlich. Wie die abgehen, ne? Das ist, also das ist wirklich krass. Alter, schau mal wie die spielen, ey. Das sind doch keine normalen Gegner. Das kannst du doch nicht weiß machen. Außerdem ruck hält es wie die Sau. Wieso habe ich jetzt hier die Hit bekommen? Boah. Das war ein schöner Double. Boah. Gib mir, gib mir, gib mir. Nein, nein, nein. Ich halte dir meine Waffe. Boah. 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 Also liebe Freunde, die Chimera geht gut ab. Ihr habt es gesehen, in dem Match ist es eine richtig, richtig gute Waffe. Ich habe sie jetzt gerade mal Level 5 oder 6. Also von dem her muss man noch ein bisschen üben, wie sie zurechtkommt. Aber ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieblings-Vote. Tschau. Tschau.